Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Dragon's Dogma 2. Wir sind immer noch hinter Lord Vesus her. Und, ich würde sagen... Wir verfolgen ihn jetzt mal weiter und gehen zum, ich glaube der hieß Mondlichtturm. Das Ding ist ja, Lord Vesus will da ja hin. Aber wir haben ja dieses Schwert, was wir ihm gegen sollen. Warum auch immer, also er wartet ja nicht mal auf das Schwert. Also er weiß nicht mal, dass er das kriegen soll. Und vermutlich ist, was auch immer er da benutzen möchte, gegen den Drachen zu schwach. Und wir müssen das benutzen, halt eben dieses Schwert. War das hier vorher auch schon? Konnte ich hier vorher nicht runter? War das abgesperrt? Weiß es nicht. Mond, nee, Mondscheinturm. Okay. Da hoch, okay. I see. Ich komme. Wartet auf mich. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Hi, wir sind Capcom und wir müssen das Spiel in die Länge ziehen, weil wir da einfach jetzt so eine Treppe random einstürzen lassen. Das war ernst. Kommt schon. Dann nehmen wir halt wieder diesen fancy Aufzug hier. Ja? Was ist denn? Na dann. Ah, okay. So, jetzt müssen wir uns vermutlich hier noch irgendwo durchkämpfen und durchrätseln. Und die haben halt einfach diese Treppe genommen. Und wenn wir jetzt einfach hier weiter können und bei denen sind, dann ist das voll unnötig gewesen. Okay. Äh. Hallo? Okay. Aber keine Gegner. Finde ich gerade ganz nice, eigentlich. Hier kann man sich wohl nicht nochmal Porn austauschen jetzt. Aber ich habe hier meine Mädels und unseren... Aber der heißt halt auch Rega, das ist belastend, ey. Der hier mit seinen trainierten Oberschenkeln, ey. Uh. Okay. Ich glaube, das wird nicht so ganz funktionieren. Aber du könntest einfach mit mir zusammenarbeiten können. Okay, ich muss jetzt gegen den souveränen Kämpfen. Aber er hat auch ein paar Porns. Da. Leute. Guckt doch mal hier. Ich bin viel zu schnell für euch. Na. Bumm. Mann, ich kann meinen Skill nicht machen, weil die mit... 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 Hallo. Könnt ihr mal auch mal mich zu schießen? Ich will meinen Skill machen. Aber ist das geil, dieses Ausweichen. Das ist cool. Rega. Alter, Rega hat gerade schon aufs Maul gekriegt. Kann nicht getroffen werden damit. Das ist so geil. Jetzt kann ich keine Reveg machen. Na Mädchen? Was willst du? Zack. Rega. Ne, 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 ne. 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 Zu langsam. Das ist cool. Oh, jetzt haben wir es falsch gemacht. Ja. Ich habe mich selber angezündet. Hä? Das war es schon? Ich habe doch gegen ihn noch gar nicht gekämpft. Habe ich ihm nebenbei miterledigt? Das Ding ist, mein Freund, ich verstehe die Story gerade nicht. Also er will diese Ordnung der Welt durchbrechen. Diesen Zirkel quasi, dass der Risen den Drachen besieht und so weiter. Aber warum kann man den jetzt mit einem Ritual rufen? Ich dachte, der erscheint, wenn er mich herausfordert. Das ist nicht der echte Drache. Das ist irgendein komischer Pestboilendrache. Titledrop? Ey, aber das ist ja gar nicht der echte Drache. Was hast du denn vor? Ne, ich verstehe es wirklich nicht. Also ich verstehe die Story gerade wirklich nicht. Das erschließt sich mir Gott nicht. Genau, die ganze Welt dreht sich um den Drachen und das will er durchbrechen. Aber das ist halt nicht der echte Drache. Das ist halt auch wieder nur so ein Pestboilending. Das ist ein Pestboilending. Er? Er ist der echte Drache. Wow. Okay. Na, Drache? Ja gut. Das war's mit Fehlseus oder wie der hieß. Oder was? Hä? Wozu das Ganze? Ne, der lebt noch. Aber wozu das Ganze? Er hat einfach seinen eigenen Drachenkollegen getötet. Aber ich hab noch gar nichts gemacht. Ich hab noch gar nichts gemacht. Hi. Mir wurde gesagt, du wirst mich aufsuchen, nicht ich dich. Der Kreislauf ist der Risenkampf gegen den Drachen. Aber dann? Ja, dann bist du. Woll. Hä? Och, ne. Ist es, um dein Fleisch zu retten? Dein verbringst du? Warum? Ne, ich hab gerade eine Frau. Ist das gerade dumm? Warum hat der jetzt den komischen alten Elfen in der Hand? Weil ich mit dem am meisten... Warum? Ja, Moment. Ist das dumm? Stell dich dem Drachen. Das ist gerade ein bisschen doof. Ich glaube, es gibt ja dieses Beziehungssystem in diesem Spiel, dass man sich mit Leuten anfreunden kann. Und ich tippe mal, dass die Person, mit der man am meisten Freundschaftspunkte gesammelt hat, jetzt der Drache halt hat. Und das ist halt so die wichtigste Person für einen und das soll jetzt halt so sein, der Drache will die Person halt töten und opfern und sollst du die. Und das Ding ist, das Ding ist, das ist jetzt halt einfach bei mir dieser komische alte Elb, der warum auch immer bei mir vermutlich den höchsten Wert hat. Aber warum? Vermutlich durch die Quests und sowas. Warum haben die denn dann nicht gemacht, wenn man eine Beziehung mit Ulrike oder Wilhelmina hat, dass eine von beiden dann da ist? Und dann halt eben mal jeweils die mit dem Höchsten. Ich hätte das jetzt mega cool gefunden, wenn Wilhelmina das wäre. Aber ich weiß nicht, ich hätte ihr auch so viel Zeug geschenkt, dass sie bei mir vermutlich am höchsten wäre. Hätte ich das gewusst, hätte ich Ulrike einfach noch ein paar Blumen geschenkt, damit sie die höchste ist. Da hätte es wenigstens einen coolen Effekt jetzt gehabt. Aber jetzt hat er einfach diesen Elben-Opa da in der Hand. Was ist denn das für ein Quatsch? Boah, das finde ich gerade mega enttäuschend irgendwie. Und ich verstehe die Story wirklich gerade nicht mehr. Finde ich gerade sehr enttäuschend irgendwie. Ich hätte es lieber als Ulrike gehabt. Ja, ja, sei ruhig. Hi. Komm, wir fighten. Glorreich die Flucht ergreifen vor allem. Ich kräfte dich jetzt einfach an. Zack. Das ist meine Aufgabe. Aber dann... Ist das halt der Kreislauf? Das ist gerade so blöd. Warum ist das dieser scheiß Opa? Das ist gerade so doof. Kann ich nicht bitte Wilhelmina da liegen haben? Was ist das denn Quatsch gerade? Das enttäuscht mich gerade sehr. Sorry, dass ich gerade so rummecker. Aber das ist wirklich doof gemacht vom Spiel, finde ich. Ich habe dem ja nicht mal was geschenkt. Das ist einfach nur durch die Quest. Und man hat nicht die Chance Wilhelmina so hoch zu machen, dass sie halt an der Stelle wäre. Weil man ihr halt nicht schenken kann. Ist das dämlich. Schade. Sehr schade. Okay, das ist... Okay, jetzt fliege ich einfach auf dem. Ich check die Story einfach nicht. Ich kann auch nicht loslassen, ne? Ja, der Kreislauf ist halt, dass wir gegen... Der ist der Drache einen erwählt und der gegen ihn kämpfen soll. Und die Person muss entweder gegen ihn kämpfen oder ihm die liebste Person, denke ich mal, opfern. Wo fliegen wir denn jetzt hin? Ja, weil der Kreislauf dann einfach weitergeht. Das war gut gleich. Auch wenn mir das jemand, diese Story erklären kann, bitte, bitte gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber was ist jetzt dieser Typ, die uns die ganze Golfe und diese Geistergestalt? Wie wurden die einst vor dir versperrten Wege frei? Ja, durch den Typen da. Der hat mir mal geholfen. Wo fliegen wir denn hin? Wo sind meine Vasallen? Wo sind die Schöne? Wo sind die Schöne? Oder beheben? Ich weiß nicht, wie die Geschichte endet. Ich weiß auch immer noch nicht, wofür wir dieses Schwert jetzt mit da haben craften lassen. Dass wir jetzt Fäse ausbrücken sollten. Wenn uns das jetzt ja überhaupt nichts gebracht hat. Also wofür brauchen wir denn jetzt noch das Schwert? Wir sind halt die wahre Arisen. Wir brauchen dieses Schwert nicht. Ich konnte doch gar nichts machen. Bis. Mein Begehren will denn Mina, aber die ist weg. Na gut. Muss ich jetzt... Einen Moment. Ich habe hier meine Vasallen, aber wenn ich jetzt allein gegen ihn kämpfen muss, wozu wird dann gesagt, der Arisen kann Vasallen kontrollieren, wenn ich jetzt eh alleine gegen ihn kämpfen muss? Das ist... Ja gut, vielleicht kommen die mir gerade zu Hilfe. Doch, das ist so. Dann gehen wir mal los. Kann ich hoch? Halt dich fest. Bin ich. Bin ich. Halt dich bloß fest. Seh nix. Du hast doch seinen scheiß Kopf. Ihr macht das, Leute, ne? Das Ding ist, der ist so sehr am... Ist so sehr... Okay, der kriegt aber auch nicht Damage, zumindest. Aua. Ich finde das so schade, dass wir jetzt diesen Elfen-Opa da hatten. Das hat das voll... Also... Das hat das voll für mich kaputt gemacht, ne? Hätte ich das gewusst, hätte ich zumindest Ulrika noch irgendwie ein bisschen was geschenkt. Wo muss er seine Beine eigentlich hauen? Kein Damage machen. Ist es das? Wo denn? Aber wo... Wo? Wo ist denn die Ballista? Ich seh die ja nicht. Da oben. Wir versuchen mal hinzukommen. Ich glaub gar nicht, was mich das mit dem Opa aufregt, ne? Dieser blöde Elfen-Opa, den der da jetzt genommen hat um uns heraus. Ja. Man, das schon. Kann ich da hoch? Irgendwie nicht. Boah. Muss ich da echt hochfliegen? Was ist denn der scheiß Drache jetzt? Hinten aber. Boah, mach alles kaputt. Soll ich vermutlich irgendwie mit dem da hochfliegen, dann. Aber... Jetzt ist der da oben. Wie soll ich denn da hochkommen? Kannst du bitte wieder runterkommen? Das wäre schon ganz schick. Aber krass, ich hätte nicht gedacht, dass es jetzt auf einmal so plötzlich aufs Ende zugeht. Ich dachte, wir sind halt, ne, so... Grad mal so Hälfte oder sowas. Also die Hauptstory ist echt nicht lang, wenn man nicht straight verfolgen würde. Hallo, könntest du jetzt mal runterkommen? Ich kann gerade nichts gegen dich tun. Ja, es ist... Kann halt nichts machen. Burn, Baby. Ja, das ist schön. Wo ist denn das entblößte Herz? Kann nichts machen. Ich müsste einfach so eine Balliste nehmen. Ich versuch das mal. Ich stehe mal hier und so. Keine. Das macht halt nicht mehr Damage. Das macht keinen Damage. Oh Gott. Lauft. Ja, du bist die ganze Zeit weggeflogen, mein Freund. Ich will ja. Aua. Das ist warm. Komm auch her. Aua. Jetzt das Herz. Komm. Das ist krass. Guckt euch mal an. Das ist der Ed-Boss. Wahrscheinlich. Alter. Ja. Rega. Talia. Und. Oh. Ich treffe ihn nicht mehr. Au. Wieso schießt er irgendwas von der Seite? Was ist denn das für ein mieser Trick? Das war nicht deine, das war jetzt nicht das Ende? Was ist das jetzt? So, und jetzt? Oh. So. Wend mit dir. Digga, pass auf. Oh, er ist tot. Huh. Mit dir mit diesen Explosionen? So nice. Ich dachte, du sagst mir jetzt deine wahre Stärke, hast du gesagt. Wofür haben wir jetzt dieses Schwert gebraucht? Ja, Kreislauf. Ich hab dich besiegt und dann würdest du einen neuen Arisen geben für einen neuen Rachen. Vermutlich. Geil. Geil. Oh wehe, wenn wir jetzt zum Abschluss noch so eine Endszene mit dem Opa kriegen, ey, dann raste ich aus. Das Spiel ist so gut. Aber das hat mir den Rest gegeben mit dem Opa. Das hat mich voll rausgehauen, tatsächlich. Ey, ich schloss das. Ja, das ist Ende. Ich krieg nicht mal eine Erklärung, wer dieser Geistertyp war, zum Beispiel. Oh Gott. Deswegen ist Alexa Bauer mega Stimme. So, noch? Krieg ich jetzt noch eine Erklärung von meinen offenen Fragen? Bin ich jetzt hier Queen? Krieg ich wieder eine Mina? Ey, der Opa, ne? Äh. Fehlt da eine Sprachausgabe oder soll das so? Ach, das ist die Szene vom Anfang jetzt. Nur jetzt halt richtig, dass ich wirklich da komme. Das ist die Szene vom Anfang. Oh, guck mal, wie stolz wir gucken. Jetzt hätte ich die Haare gern offen. Schöne Ballonkose. Und auf einmal glauben die mir, dass ich... Wobei, alle bezeichnen mich immer als Arisen. Das wäre ja irgendwie so ein offenes Geheimnis. Ja. Habe ich jetzt hier... Bitte, bitte lass hier wenigstens Wilhelmina rumstehen. Bitte. Da ist er. Wer bist du? Das ist er doch hier vorne. Na? Wer bist du? Du bist doch dieser Beobachter bestimmt. Du verfolgst mich? Ne, bin ich nicht, weil ich offene Fragen habe. Ich hätte es auch ohne deine Hilfe nicht geschafft. Nein. Habe ich nicht. Was machst du mit mir? Hätte ich jetzt auch nicht mit ihm reden können? Einfach auf den Thron gehen, dann fertig? Oder kann ich ihn jetzt aber töten? Er ist, denke ich mal, die... Er ist diese Instanz, die dafür sorgt, dass dieser Kreislauf immer weiter geht. Denke ich mal. Dieser Typ. Was kann ich jetzt tun? Wir können uns setzen. Da ist er. Nee. Ich... Ich habe die Chance, mich hinzusetzen. Aber... Ich will wissen, wer er ist. Wer bist du? Ja, genau. Mein Schicksal ist, auf den Thron zu gehen. Ich möchte den Kreislauf gerne durchbrechen. Wenn ich mich auf den Thron setze, dann ergebe ich mich dem Kreislauf. Und das will er ja. Und das will er ist, wenn ich mich nicht mehr verletze, dann kann ich mich nicht mehr verletzen. However, if regret yet assails your spirit, then perhaps you should reaffirm your choice. Witness with your own eyes, or through the eyes of another, the fate of this world. Er ist das Schicksal der Welt, oder was? Versteh es nicht, ne? Versteh es nicht. Ich hab mich jetzt nicht hingesetzt. Das muss doch was zu bedeuten haben. Hä? Wieso? Wie gegenständig kann man das machen? Ich sage deinen Willen und stelle dich dem Drachen. Hä? Aber das ist doch... Was muss ich hier tun? Muss ich hier irgendwas tun? Das hätte ich vermutlich schon... Das hier hätte ich vermutlich schon machen können vorher. Das hätte ich schon vermutlich beim ersten Mal machen können. Kann ich hier was machen? Das kann ich nicht... Was muss ich tun? Doch wenn denn, Wille... Oh, nicht. Ist das das gleiche, was er vorher schon gesagt hat? Ich weiß es nicht. Ich hab nur die Taste Gegenstände, aber ich kann sie nicht benutzen. Lol? Es ist... Lol, es ist nur die Anzeige nicht da. Ich kann trotzdem ins Menü gehen und meine Lampe an und ausmachen. Ist das dumm. Ne, das ist das, was er vorher auch schon gesagt hat. Schade, ich dachte, ich könnte irgendwas machen, indem ich hier halt... Warum bin ich jetzt nochmal hier? Das hatten wir doch alles schon. Jetzt fällt es auch auf. Ja, und es kommt mich wieder näher. Was macht... Was muss ich tun? Was muss ich machen? Ich muss bestimmt irgendwas machen, aber ich check nicht, was... Das ist doch jetzt exakt das Gleiche. Du bist zu spät. Ich muss was machen. Aber ich weiß nicht, was ich machen muss. Ich muss irgendwas machen. Ich muss was tun, aber was muss ich tun? Ich kann doch nichts drücken. Ich hab keine Taste zur Verfügung. Jetzt muss ich einfach nochmal den Drachen töten. Ich muss bestimmt was machen. Okay, Leute. Ich mach mal ganz kurz einen Cut und mach den Fight nochmal. So, Leute. Ich hab den Drachen nochmal besiegt. Ich bin jetzt wieder in der exakt gleichen Sequenz. Wie vorher. Also, es ist nichts Neues passiert. Es ist einfach nochmal exakt das Gleiche. Ich hoffe mal, ich kann jetzt nochmal mit dem Typen reden. Dass er uns wieder zum Endkampf schickt. Ich bin mir sicher, ich muss was machen, während ich auf dem Drachen fliege. Erst einmal mal springen. Danke. Ja, da ist er. Er hat jetzt echt Angst. Ich kann es nicht nochmal machen. Aber man hat immer die Chance, dann mit ihm zu reden. Wenn man es halt bemerkt, dass er da sitzt. Ansonsten muss man sich halt einfach auf den Thron setzen. Ich möchte mal mit ihm nochmal reden. Das ist jetzt auch das Gleiche, ne? Okay, dann springen wir. Okay, das Spiel gibt immer... Das finde ich aber cool, dass das Spiel einem die Chance gibt, das nochmal richtig zu machen. Ich denke mal, das ist trotzdem das... Also, ich denke mal, das Bad Ending ist, man opfert halt die Person, die der Drache hat, und geht. Das ist das Bad Ending. Man besiegt den Drachen, das ist vermutlich das Good Ending. Und dann gibt es halt noch irgendein Secret Ending, was man machen kann. Und man hat die Chance, durch ihn hier das nochmal zu machen, wenn man es verpasst hat. So. Komm ich nochmal da drauf? Ja. Okay, was muss ich machen? Ich kann Gegenstände drücken. Was muss ich machen? Und je nachdem, wo ich lang... Wo ich bin auf ihm... Komm ich mit ihm hier... Hier vermute ich. Was kann ich machen? Ich kann Gegenstände drücken, aber sonst gar nichts. Nichts kann ich drücken. Gegenstände, Gegenstände. Ich kann halt ins Inventar. Habe ich irgendwas... Habe ich irgendwas... Den hätte ich ja auch nicht. Ich habe das dumme Schwert. Ich kann es benutzen. Aber ganz... Gestärkte Götter-Bannklinge. Wann ich damit... Das Ding ist... Ich habe halt nie wirklich erklärt bekommen, wofür dieses Schwert ist. Das habe ich halt nie erklärt bekommen. Ich weiß nur, dass das halt... Wie, wie, wie... Also, ne... Das ist halt... Ich weiß gerade nicht, wie das heißt, dass halt nicht Arisons Vasallen kontrollieren können. Dass das sowas ist, nur in krass. Und das brauche ich als Erisen ja nicht. Darum habe ich mich schon gewundert, warum ich das habe. Und Lord Phasus hat ja auch kein... Der wusste ja nicht mal, dass ich ihm das bringen will. Der hat ja gar kein Interesse daran gehabt. Nutzt das jetzt mal. Aber... Also, wenn das jetzt die Lösung ist, finde ich das aber extrem weird. Weil ich keine Erklärung bekommen habe dazu. Okay, es ist richtig. Was mache ich denn jetzt gerade? Selbstopferung. Ich habe mich... Selbstopferung. Zack. Das ist halt... Dadurch breche ich den Kreislauf. Weil das ist halt das, was nicht passieren soll. Dass ich mich selber opfere. Okay, das ist cool. Krass, dass man halt... Dass das Spiel einem diesen Hinweis durch diesen komischen Geistertypen gibt. Okay, du hast hier irgendwas nicht gemacht. Du kannst was anders machen. Willst du dich wirklich jetzt auf den Thron setzen? Oder willst du nochmal dein Glück versuchen? Und die... Ich weiß immer noch nicht, wie die Tentakel heißen. Holen sich jetzt den Drachen. Ich hätte auch gerne Erklärungen zu diesen Tentakel-Fichern, ne? Die anscheinend das Ganze... Was? Wer redet da? Warum ist das Ganze, Meer, Flüsse, Wasser voll mit diesen Tentakeln? Da hätte ich gerne Erklärungen zu. Okay. 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 Das hat ihm nicht gefallen. Das wollte er nicht. Ja, das ist das, was du halt willst. Wer bist du? Und es ist mein Wunsch, dass du das Leben aus dem Herzen leben sollst. Der Zeit ist gekommen, um dich zurückzuholen. Geh. Meine Kinder werden dich dort sicher sehen. Oh. Hi, Ulrika. Und das ist jetzt der blöde... Ich dachte schon... Sven und der... Oh, Mann. Ich dachte, das ist der blöde... Der blöde Elfen-Opa. Ey, ich komme da nicht drüber hinweg. Immer den Elfen-Opi. Ich will auf jeden Fall nicht deine Marionette sein. Was auch immer du vorhast. Ich habe vergessen, wie die Dinger heißen. Das ist gerade echt belastend. Aber der kann die kontrollieren irgendwie. Wer ist der denn? Okay. Er sagt, ich will nicht in meiner tollen Welt sein. Dann sehe ich jetzt die Welt, die... Ja. Dunkel ist. Keine Ahnung. Ja. Ich bin gespannt. Also, ich finde es gerade mega spannend. Ich verstehe es halt nur nicht. Ich verstehe es nicht. Wo bin ich jetzt? Ist das so ein Ding, dass man jetzt... Gerade halt hätte das Spiel beenden können. Jetzt kommt noch ein ganzer Abschnitt. Das wäre auch ganz cool. Wo bin ich? Oh. Eine sehr dunkle Welt. Dragons Dogma 2. Jetzt kommt der Titel-Drop. Oh. Am Anfang stimmt. Am Anfang der Titel-Drop war nur Dragons Dogma, ne? Und jetzt kommt der Titel-Drop. Dragons Dogma 2. Wie geil ist das denn? So, mein Freund. Was willst du? Wer bist du? Wer ist er? Ich möchte bitte eine Erklärung. Pfadfinder. Die gottlose Welt gesehen. Gottlose Welt. Das ist dein Welt. Die Welt, zu welchen du liefst, um zurückzuholen. Aha. Okay, Moment. Also er sagt mir jetzt, weil ich die Welt... Also weil ich nicht Sovereign werden wollte, habe ich die Welt quasi im Stich gelassen und das ist jetzt aus der Welt geworden. Das will er mir sagen. Und wenn der Kreislauf halt fortgeführt wird, dann bleibt die Welt bestehen. Wenn er durchbrochen wird, wird das das hier. Oder? Ich verstehe es. Okay. Okay, jetzt will mir das Spiel sagen, und das ist hier das Bad-Ending. Was ist denn mit dem Drachen? Ja, das... Also das soll jetzt so heißen, ich habe die Welt im Stich gelassen und die Welt ist untergegangen. Wenn er das Spiel jetzt sagen... Ach du Scheiße. Ob ich mich nicht noch gegen den kämpfe. Das wird aber auch so eine lange Folge, Leute, wenn das jetzt noch eine Weile geht, weil ich möchte das Ending ja in einer Folge haben. Dann ist er ja nicht der Beobachter, von dem die Rede war. Pfadfinder. In the blink of an eye, the sickle of oblivion will beort that you have known. I would advise you not to waste these last moments. Okay. Explore the remnants of this world while you can. Ja, das ist quasi unsere Welt nur halt zerstört jetzt, weil wir uns geweigert haben, Sovereign zu werden und sonst quasi selber gekillt haben. Und dann ist alles untergegangen. Weil die halt keine Führung hatte, die Welt in der Kreislauf durchbrochen ist. So verstehe ich das jetzt. Oder? Erklärt mir bitte, wenn ich was falsch verstehe. Das ist diese Dings im See, ne? Ich hoffe, wie viel hier jetzt noch kommt? Kann ich da echt eine ganz lange Folge rausmachen? Du hast die Götterbahn-Klinge geführt. Hier sind jetzt halt auch noch Monster und alles abgeschlossen. Vermächtnis. Was ist ein Drache jetzt einfach voll random? Ja, Moment. Wo bin ich denn jetzt? Das ist hier ein Stein. Den hab ich doch gar nicht da hingesetzt, oder? Doch, das ist die von dem... Das hier ist die Höhle von dem... Ich kann doch überall hin. Und da ist irgendwas? Moment. Immer zurechtfinden. Beziehungsweise, kleinen Moment mal eben. Ähm, wie ging das nochmal? So. Mach mal eben hier. Dieses Totem-Ding aus. Das nervt nämlich krass. Da hab ich ne Quest. Da ist was. Das hier oben ist einfach komplett weg. Bei der Heiligen Laube ist was. Ja, und hier Ulrikas Dorf und sowas ist komplett gestört. Unser Staat. Eins, zwei... Drei so von diesen Dingern. Aufträger. Finde, mein... Mein Vasall ist weg. Als ob ich diese Bildhauer-Quest noch habe. Begib dich zum Tiefseeschrein und sprich mit dir. Such nach deinem treuen Vasall, den du seit deinem Kopf mit dem Drachen nicht mehr gesehen hast. Ich will meinen Vasall wiederfinden. Wo ist Rega? Da unten. Ich bin grad mega befordert. Wir hätten das Spiel gerade beenden können. Und jetzt haben wir einfach noch eine zerstörte Welt. So ein Secret-Ending. In einer zerstörten Welt. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt oder ob wir nicht einfach besser den Kreislauf hätten weiterlaufen lassen sollen. Aber krass. Aber ich kann hier halt noch echt diese Bildhauer-Quest und sowas machen. Das finde ich extrem komisch. Okay, Leute. Ich würde aber sagen... Das ist schön, dass du das weißt, Talia. Finde deinen Vasallen. Okay, Leute. Dann, da das hier doch noch eine Weile geht, machen wir hier doch einen kleinen Cut. Und ja. Wir gehen das Ende dann in der nächsten Folge, wie es scheint. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr wart nicht so sehr genervt von meinem Rage und meiner Verwirrtheit. Ich fand das mit dem Opa einfach mega dämlich vom Spiel. Also, hätte ich das gewusst, hätte ich das anders gemacht vorher. Aber naja. Ich danke wie immer vielmals fürs Zusehen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin und bye bye.